Ich hoffe nur, dass sie es bald mal schaffen, in Reihe und Glied zu marschieren. Sie gehen sehr komische Querfeldeinwege, aber das ist mir auch gerade egal. Gut zu wissen, dass wir unsere Elfen haben, wir weiter verwenden können. Ich hoffe mal, dass es so war. Wenn nicht, dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht, aber ist auch egal. Weil das ganze Gold, was wir hier haben, werden wir eigentlich nicht großartig mehr brauchen. Die nächste Mission wird jedoch sehr langwierig und anstrengend. Straße in die Nordberge. Geht mit euren Speeren in den Norden. Ja. So machen wir hier Sicherheitshalber noch einmal einen Quick Save. Level 9 haben wir mittlerweile erreicht. Ich weiß diesen Ort. Ich bin auf dem Weg zu den Dwarf-Dungeons. Der alte Trott wird überrascht. So, fortfahren. Das war diese Mission. Die Bergfeste. Keinem Auer stark genug, um Cee bei seiner Suche nach dem Zauberstab der Herrschaft aufzuhalten. Ja, jetzt dürfen wir uns mit Zwergen rumschlagen. Also, wir haben unsere kleine Armee. Da oben ist Gerar. Hier sind Zwergenfestungen und Bärenlager und alles mögliche, was wir abklappern können. Um noch stärker zu werden. Erstmal den armen Zwergen einen verpassen. Ihr ordet ist klar. Ja. Es ist wichtig, dass nicht ein Geräusch machen. Es ist wichtig, dass nicht ein Geräusch machen. Es ist wichtig, dass nicht ein Geräusch aufzuhalten. Es ist wichtig, dass nicht ein Geräusch aufzuhalten. Es ist wichtig, dass nicht ein Geräusch aufzuhalten. Ich sterbe, aber man wird mich rechnen. Ich verfluche euch. Zwergenmut grenzt dann Wahnsinn. Vor welcher Faust hat der Zwerg gesprochen? Ich muss mehr darüber herausfinden. So, jetzt aber erst mal das Bärenlager vernichten. Hier ist ein Brigantenlager, das wir zerstören könnten. Oh, hier ist ein Brigantenlager, in dem wir Truppen anheuern könnten. Oder auch nicht. Ich weiß, dass ich dieses Ort weiß. Golemfabrik. Erkundet die Zwergenfabrik. Die Fabrik befindet sich im Südosten und beobachtet sie aus sicherer Entfernung. Dein Zwergenfabrik ist klar. Wir können es zusammen tun. Ja. Schau auf die Hände. Wir können die Elfen übrigens hier nicht nachfüllen. Oh, da ich war wieder ein Bogenschütze fest. Hm. Hier ist die Frage, gehe ich hier oben lang? Hier komme ich auf den Friedhof. Das ist der wichtigste Ort hier für mich, weil ich hier dann meine Truppen mehr kriege. Wahrscheinlich auch hierher. Äh, deswegen würde ich mal sagen... Gehen wir erstmal hier entlang. Und verdichten das Brigantenlager dort. Your order is clear. Dann nehmen wir den Weg zurück und gehen hier unten lang. Hier ist nämlich alles sicher. Die Hauptstraße hier ist ein bisschen gefährlicher. Your order is clear. I know this place. I know this place. Dum-de-dum-de-dum. I know this place. It's important not to make a sound. Your order is clear. Das ist ein Haufen Golems. I know this place. An denen ich erstmal kein Interesse habe. Du gehst mir auf den Nerv. No one will escape. No one will escape. Your order is clear. Eyes right. Your order is clear. Your order is clear. Genauso wie du. Aim for the head. Eyes right. Und Grah bittet um Hilfe. We are the true monsters. It's important not to make a sound. Yes. Aim for the head. As you please. As you please. As you please. So, Nahrung und Grah. As you please. Dann gucken wir mal kurz, was Grah will. Eine Monsterhöhle ist hier. Die können wir auch noch ausschalten. Menschen schenke. Ist neutral. Was ist das für ein Ort? Menschenfestung ist ein Feind. Und ja, hier hoch brauchen wir erstmal nicht. Das sind nämlich die heiligen Zwergenhallen. Also ja, die Monsterhöhle noch auseinandernehmen hier. Hier ist noch ein Friedhof, wo wir uns Truppen holen können. Und ja, ich verbrauche gerade mein Mana. Hier ist noch ein Ort. Oh, Briganten. Sehr schön. You don't look like an imperial mage. Imperial mages are my worst enemies. Why would I want to look like them? If you really hate them, destroy their camp. We'll deal with the caravans ourselves. Ja. Da das Händlerlager zerstören. Das können wir machen. Grah braucht wieder auch was von uns. Also ja, die Golemfabrik hier. Ist wichtig. Strong Chaos Nest. Okay. So, hier ist... Grah. Großes Warrock-Lager vernichten. Also Grah ist eine... Gobbo-Stadt. Hier ist eine Phantomhöhle. Großes Warrock-Lager. Muss ich gerade nur noch herausfinden. Ja, da ist unser Turm. Also wir haben hier einen Turm. Wir sind die true Master. So, wie Sie bitte. Es ist wichtig, nicht zu hören. So, jetzt wissen wir, wo alles Wichtige ist. Also Menschenlager, Söldnerlager und so weiter. Es ist wichtig, nicht zu hören. Die Golems lasse ich erst mal noch in Ruhe. Ich kümmere mich nur um die große Monsterhöhle hier. Die Golems kümmern mich wahrscheinlich am besten auch gleich um die Golems. Ich kümmere mich nur um die Ecke, dass wir ordentlich draufschießen können. Das ist wichtig, nicht zu hören. Wie Sie bitte. Es ist wichtig, nicht zu hören. Deine Verordnung ist klar. Deine Verordnung ist klar. Wir können es zusammen machen. Hey, unsere Truppen haben Level abgekriegt. Ja. Es ist wichtig, nicht zu hören zu hören. Wie Sie bitte. Ich weiß, dass es wichtig ist, nicht zu hören zu hören. Es ist wichtig, nicht zu hören zu hören. Gar wenig Neues für uns. Ja, hier könnten wir halt Briganten anheuern, die wir mit unseren Untoten kombinieren könnten. Wenn wir mit Städten interagieren wollen. Also zum Beispiel mit Gra. Ich weiß, dieses Ort... Ja? Wollte ich schon wieder an Bäumen hängen bleiben. Okay, wir haben schon mal zwei Kämpfer verloren. Die sind halt nicht mehr zu ersetzen. Okay. Ja. Vielen Dank.